Wir ziehen direkt auf, ne? Samstag, der 9. Februar 2019. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mitfiebern. Bei der Zieh- und der Mattozahlen. Mit Mirjam Hanna. Hallo zusammen und schwupps, da ist er auch schon wieder weg, der Jackpot. Ein Spieler aus Baden-Württemberg hat am Mittwoch mit genau so einem Schein hier, einem Systemschein, mal schnell den ersten und zweiten Gewinn rangeleert und jetzt schicke 9,5 Millionen mehr auf dem Konto. So, damit ist meine Lotto-Love-Story für 2019 schon beschrieben. Mit leeren Händen wage ich mich natürlich hier nicht vor die Kamera. Schauen Sie mal, schöne 3 Millionen haben wir heute zu bieten und dazu drücke ich ganz fest die Daumenkugeln und Ziehungsgeräte sind jetzt bereit und wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Es kann losgehen, Ziehung frei, viel Glück! Ja, das ist der Ende der Tipp aus Baden-Württemberg. Wir haben nur 120 Euro eine System-Schwein investiert, damit wir es wirklich anräumen. Aber Spiel mit System, wie geht es eigentlich? Das verrasch' Ihnen nach unserer allerersten Kugel heute. Und es ist die 32. mit einem Lotto-System kann man mehr als die üblichen Sechszahlen befreut. Also mit wenig Erkrankt, viele Spielreihen gleichzeitig tippen und auch noch ein bisschen Geld sparen. Geht weiter bei den 30ern. Zweite Kugel ist die 34. Es gibt Voll- und Tell-Systeme, und die digitale Zahnen automatisch die 6er-Kugel zu gewählten. Die Anzahl der 6er-Kugel ergibt sich aus dem jeweils ausgewählten System. Die 3er-Kugel ist die 49. Bei einem Lotto-System kann man 7 bis 12 Zahlen befreut. Wenn wir mit Auswertung werden dann alle denkbaren Zeichen können aus dem größten Stand. Hier kommt unsere 4er-Kugel. Es ist die 2. Bei einem des Ältestes werden dagegen nicht befreutliche Spielreihen, sondern aus dem Spielreihen der Voll-Systeme nur einige festgelegte Spielreihen ausgewählt. Ja, da kann man mit richtig was lernen. Unsere 5. Kugel ist die 42. Mit Chancen unterstehen der 13 Jahre bei einem 30er-Kugel natürlich geringer und der Schleifung gleich mal im Voll-System. Dachte sich auch unser Spieler aus Warnbeeren. Hier kommt sie. Ah, wieder in den 30ern. Es ist die 39. Und hier in der Reihe die 6 Richtigen vom heutigen Samstag. Wenn Sie vielleicht schon ein 2er, 3er, 4er oder sogar mehr auf dem Tippschein haben, dann wird es jetzt für Sie richtig spannend. Wir kommen zu Ziehung der Superzahl. Ich drücke noch mal die Daumen und sage, Ziehung frei. Die Lotto-Love-Systeme muss man wirklich erst mal nachtippen. Mit einem Systemschein, ja, der erste und zweite Rang abgeräumt. Ich bin noch ganz fasziniert. Herzliche Grüße wirklich zu euch, Nachbarn. So, und hier ist unsere Superzahl heute. Es ist die 2. Und damit stehen alle Gewinnzahlen für heute fest. Und hier sind Sie noch mal in wunderschön sortierter Reihenfolge. Beginnend mit den Lotto-Zahlen. 6 aus 49, 2, 32, 34, 39, 42, 49. Und die Superzahl ist die 2. Das klingt ja wie Musik. Die Gewinnzahlen der Zusatznotterien werden wie immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlreihe aus dem Spiel. 77, 9, 2, 7, 1, 0, 6, 4. Und hier ist die Zahlreihe der Super 6. 4, 0, 4, 8, 7, 4. Liebe Zuschauer auf lotto.de können Sie wie immer nochmals alle Gewinnzahlen in Ruhe nachlesen. Heute war es ein bisschen theoretisch mit unserem System spielen. Aber was Spielen mit System angeht, sind Sie jetzt wirklich voll im Bilde. Weitere Infos dazu gibt es bei Ihrer Lotto-Gesellschaft oder lassen Sie sich doch einfach mal beraten bei den netten Kolleginnen und Kollegen in der Lotto-Anhandestelle um die Ecke. Wir sehen uns am Mittwoch wieder pünktlich um 18.25 Uhr auf lotto.de. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6, 8, 9, 40. Spiele mit Mord. Nein, guten Morgen.